Es ist richtig doof, im Steilersitz auf dem Stuhl zu sitzen. Warum? Die Beine schlafen ein. Oliver Musik 2015 Ich guck grad, wie die Pfeil sich am besten ist. Dann kanns von mir das wieder wiederholen. Ich mach das mal lieber anders mit den Sidechains. Ne. Wecker stellen, ja. Stimmt. Ein sehr schöner Wortewitz. Wenn die Beine schlafen ein. Hm. Ähm. Okay, reicht. Ähm, was wollte ich jetzt? Ich wollte. Was wollte ich denn jetzt? Irgendwas Wichtiges. Äh. Scheiße, ich wollte grad irgendwas Wichtiges sagen. Irgendwas Wichtiges machen. Was war denn das? Ich wollte hier in den Plugins, glaub ich, oder? Ich wollte irgendwas mit dem Zorn machen. Ah, ne, Quatsch. Sidechain. Ich wollte den Sidechain ändern. Und zwar, ich nehm jetzt mal irgendeine Kick hier. Das ist eigentlich relativ scheißegal. Ah, jetzt. Ah, jetzt. Ach so, ja. Ja, hätte ich auch machen können. Aber ich kann zum Beispiel den Sidechain dann eigentlich besser kontrollieren, wenn ich das selber wegmache. Ich will mal kurz was gucken, apropos Crossbeat. Einfach mal testen. Was haben wir denn hier eigentlich so schönes? Was haben wir denn hier eigentlich so schönes? Ich teste mal gerade ein bisschen. Ja, da passt das nicht mit dem Akkord. Das ist schön. You sound make... Ja, nö. Genau, ich wollte alles verschieben. Oh, okay. Das ist schönes. Musik Wollte ich mal machen Hatte Bock drauf Ähm Das war gerade nicht meine Tastatur Das war mein Keyboard Was etwas weiter weg steht Muss ich mal mit dem Stuhl hinrollen Naja so weit ist es nun auch nicht Vielleicht ein Ein halber Meter Also ich komme mit den Armen dran Würde so ein Zorn passen Würde es Wann hatten wir die letzte Pause Ich mache noch Wir haben jetzt 2 Stunden 40 gestreamt Wenn ich 3 Stunden gestreamt habe Also noch Äh 10 Minuten Bin ich doof 20 Minuten Noch 20 Minuten Ich kann nicht rechnen Noch 20 Minuten Dann mache ich eine ganz kurze 3 Minuten Pause Fürs Pinkeln Boah das Was war denn das gerade Oh Gott Das ist Musik für meine Ohren Oh Gott ilt Geil, aber ich glaube passen würde es nicht als Melodie, oder? Alter, kannst du mal dich bitte wiederholen? Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Alter, das muss sein. Das musste sein, voll geil. Okay, ich glaube dann habe ich schon mal mein Lied, oder wie das auch mal heißt. Das ist mein Moment. Okay, ich werde jetzt einfach mal meine Nase hochziehen und das aufnehmen. Irgendeine random Melodie und dann gucke ich mal, ob ich da irgendwas Gutes rausfischen kann. Everything, bla 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 bla, takt manchmal an. Eins, zwei. Okay. Äh, toll. Ich warte jetzt mal nochmal. Okay. 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 Guck mal mal. Äh, was ist das hier? Ja. Wieso? Ja. Ja, toll. Ja, toll. Ja, toll. So, ich guck mal, was ich verbessern kann. Okay. Ja, toll. Ja, toll. Ja. Ja, toll. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020